Die Geschichte vom fliegenden Robert von Heinrich Hoffmann Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muss draußen herrlich sein, und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher. Hui, der pfeift der Sturm und keucht, dass der Baum sich niederbeugt. Seht, den Schirm erfasst der Wind, und der Robert fliegt geschwind. Durch die Luft so hoch, so weit, niemand hört ihn, wenn er schreit. An die Wolken stößt er schon, und der Hut fliegt auch davon. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort, und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende.